Wir sind zu einem Gartenhausbrand alarmiert worden hier auf der Fahrtschrecke Richtung Reichenbach. Wir haben ein Gartenhausvollbrand vorgefunden und sind mit einem erweiterten Löschzug vor Ort. Gartenhausvollbrand, Flammenmeter hoch, weitaus sichtbar, also wir konnten anfahren gut auf Sicht. Derzeit sind drei Sehrohre im Brandeinsatz und zwei Fahrzeuge im Pendelverkehr, weil die Wasserversorgung hier extrem schwierig ist. Ein verletzter, der da unten wohl nächtigt, der in dem Gartenhaus oder sich aufgehalten hat. Aber über Adernverletzungen kann ich nichts sagen. Jetzt werden wir das voll ausmachen, das voll ablöschen und dann die Nachlöscharbeiten. Ich denke mal, die Nachlöscharbeiten werden sich nur über zwei Stunden Minimum hinwegziehen. Nein, wir sind noch von den Bahngleisen weit genug weg, dass wir da, das war eine kurze Überlegung, aber wir sind weit genug weg, dass der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt wird. Entdeckt, ja. So wurden wir angehalten und Polizei angerufen. Ich wohne in Reichenbach und ich bin auf dem Nachhauseweg und sehe, dass das brennt. Sofort angehalten. Man hat ja heute immer also das Handy dabei und sofort die Polizei angerufen. Und Bescheid gesagt. Oh, also zum Teil höher wie die Bäume da hinten. Dann sind sie teilweise hochgeschossen, dann sind sie wieder niedriger, da ist irgendwas Brennbares hat gebrannt. Und dann wieder niedriger. Aber das hat dann schon gebrannt.